So, jetzt ist der Bauer Hause am Erziger Logo verspeisen. Das ist das neue Logo von Erzigen. Wir sind jetzt drei Gemeinden zusammengeführt, Ober-Niederöschland-Erzigen mit dem neuen Logo. Das verspeise ich jetzt mal. Das Logo schmeckt gut. Sehr gut gemacht. Ich mache ein Kompliment der Gemeinde Erzigen. Schmeckt gut das Logo. Natürlich der Bäckerei Fischer mache ich das Kompliment.